Freunde, ja, heute ist es relativ ruhig. Ich habe eigentlich nur zwei, drei kleinere Nachrichten. Mitzius Wechsel zu Pendix Sport findet doch noch statt. Der Spieler ist auch nicht auf der Liste für die UEFA Champions League, genauso wie Dubois. Dubois wird auf jeden Fall den Verein verlassen. Höchstwahrscheinlich steht ein Team mit Basakşir, bevor Spielertausch Dubois Wechsel mit Berkay Ölcan. Ich begrüße diesen Wechsel auf jeden Fall, weil wir halt auch meiner Meinung nach selbst nach Berkay noch die ein oder andere Alternative bezüglich Ausländerbegrenzung benötigen. Ansonsten, Freunde, gibt es nicht viel heute zu berichten. Genießt die sonnigen Tage. Länderspielpause, wird alles ein bisschen ruhiger und ja, danach kommt eine englische Woche nach der anderen.